Norddeutscher Rundfunk 2021 Es gibt viele Sportkommentator, es gibt gute, schlechte, aber es gibt nur einen Herr Tanner, der einzig wahre Nachlese für Fans. Nur nach Hause, 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 eben nicht. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist er wieder, euer Herr Tanner, heute von unserem Heimspiel Hertha WSC gegen Hansa Rostock. Ja, gut 60.000 im Stadion, wahrscheinlich hätten es mehr geworden sein können, wenn es denn nicht diese ganzen Sicherheitsbestimmungen bei diesem Hochrisikospiel gegeben hätte, weil halt eben Rostock zu Gast war und ja, die Rostock-Fans irgendwie so ein bisschen eine Pfeile haben hier schon im Kopf. Oder als alter Schwede, so 20.000 Rostocker da, also gut, ich meine, schöne Choreo da mit ihren weißen und blauen, keine Ahnung was das war, Mülltüten oder so, aber war cool, ja, war cool. Aber was die da kurz vorm Spiel, also ich bin ja bekanntermaßen kein so ein Pyro-Gegner, ich gucke mir das ja mal ganz gerne an. Aber ganz ehrlich, was die da vorm Spiel abgezogen haben, Spiel begann ja so sieben, acht, neun, zehn Minuten später. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass also wirklich ein Stadion so lange komplett in, ja, weiß ich nicht, schwarzem Rauch gehüllt war. Also ich weiß nicht, was, also es war schon ein bisschen, ja, also das fand ich dann ehrlich gesagt auch schon so ein bisschen, naja, ein bisschen too much, ne, weil, ja, ich sage mal, gut, ich habe das zwar jetzt gesundheitlich problemlos überstanden, aber es war schon so ein beißender Geruch. Und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die also Atemwegserkrankungen haben, ja, dass die das dann nicht so lustig fanden. Also von daher, ja, gut, also Pyro, so ein bisschen ist das eine, aber diese, diese fetten Rauchbomben-Teile da, ganz ehrlich, muss ich euch wirklich sagen, bin ich persönlich kein Freund von, ne. Naja, und dann haben die ja noch rumgeböllert, oder, es war ja, also teilweise wie, es waren ja Kriegszustände, ja, aber, naja, gut, okay. Aber ansonsten haben sie halt eben durchaus, wie gesagt, eine sehr respektable Fanszene und, ja, mit so vielen Leuten nach Berlin kommen, klar, musst du auch erstmal machen. Gut, Rostock ist jetzt ja quasi um die Ecke, aber, naja, also insgesamt war es natürlich wieder ein geiler Rahmen, ja, zweite Liga, ein Hammerspiel, über 60.000 Zuschauer, es war laut, natürlich auch von der Osko her, also, war einfach wieder ein, ein Mega-Fußball-Abend, ein Mega-Event. Oder, ja, da kannst du wirklich, also, da kannst du ja mittlerweile wirklich sagen, ja, Theater, Oper, ja, ne, also, sowas mache ich auch, ja, so ist nicht, aber schon lange nicht mehr. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt die Wahl hast, gehst du, ne, gehst du irgendwie, guckst du eine Oper an oder ein Theaterstück oder weiß ich nicht. Ja, ganz ehrlich, also, so eine Unterhaltung wie aktuell in dieser zweiten Liga in Stadien und gerade auch bei uns, ja, weil es ja immer toll ist, wenn es bei uns voll ist, dann ist ja da auch Druck da, ja. Ja, weiß ich nicht, hier, äh, äh, neben mir, äh, die Apple Watch hat, weiß ich nicht, da knapp 100 Dezibel angezeigt oder so. Das macht schon Spaß, oder? Das macht schon Spaß, ja, und Spaß hat es natürlich auch gemacht, weil Hertha nicht irgendwie irgendwas verschlafen hat, sondern sehr früh, sehr gut ins Spiel gekommen ist, ja, haben vieles, vieles richtig gemacht, nicht alles, ja, mich hat hier und da dann wieder mal gestört, dass die Zuspiele zu ungenau waren, ja, und dann öfter auch mal wieder der Ball zu schnell einfach weg war, aber, okay, ähm, kann man natürlich sagen, das war dann heute Meckern auf verhältnismäßig hohem Niveau, ja, ja, Rostock, äh, der Gegner über weite Strecken, also eigentlich fast übers, ja, kann sagen, übers gesamte Spiel viel zu harmlos, ja, also schon irgendwo dem Tabellenplatz entsprechend, und, ja, also wenn Rostock nicht absteigen will, ja, dann müssen sie einfach wirklich deutlich, deutlich mehr machen, da muss einfach mehr kommen, denn ich meine, wir sind ja nun jetzt auch nicht die Übermannschaft, ne, der Liga, ja, und auch wenn wir heute ein solides, gutes Spiel gemacht haben, aber da müsste eigentlich von jemandem, der also wirklich so im Abstiegskampf drin ist, wie, wie auch Rostock, da müsste mehr kommen, also so gesehen hatten wir auch ein bisschen das Glück, dass Rostock es uns verhältnismäßig leicht gemacht hat, sie kamen selten gefährlich vor unser Tor, und wenn sie dann mal kamen, dann waren die letzten Pässe eben einfach auch zu, ne, letzten Zuspiele zu ungenau, sodass da bei uns hinten nicht viel anbrannte, ansonsten hätte da natürlich auch schon wieder einiges anbrennen können, ja, hier und da haben mir manche Sachen wirklich nicht gut gefallen, Tiag Ernst ja wieder im Tor nach langer Zeit, ja, auch wenn es bisher auch eigentlich auch mal besser ging, aber so hat er doch wieder gezeigt, dass er einfach da reingehört ins Tor, du hast einfach das Gefühl von mehr Sicherheit da hinten, ne, also hier Gersbeck, wie gesagt, hat zum Schluss nach anfänglich ein Problem eigentlich auch ganz ordentlich gemacht, muss man schon sagen, aber es ist schon noch was anderes, wenn Tiag zwischen den Pfosten steht, man hat einfach, finde ich, ein sicheres, besseres Gefühl. Ja, also, na, wir richtig gut im Spiel, und 18. Minute dann das 1 zu 0, eine schöne Reingabe von Marten Winkler, ich weiß gar nicht, ob der Ball dann noch leicht von einem Verteidiger abgefälscht war, konnte ich, ich habe mir kurz, als ich jetzt nach Hause kam aus dem Stadion, das Spiel mal kurz angeguckt, in einer ganz kurzen Zusammenfassung auf der Zone, kann ich nicht genau sagen, vielleicht war er abgefälscht, vielleicht nicht, ist egal, Palko dabei macht es dann mit Köpfchen, und dann war es das 1 zu 0 auch zu diesem Zeitpunkt völlig okay und völlig verdient. Hertha macht dann danach auch weiter, ne, also sie hören nicht auf, sie wollen, hast du echt das Gefühl, unbedingt, dass das nächste Tor, manchmal dann auch ein bisschen zu ungestüm, wie gesagt, ein bisschen Fehlpässe, aber okay. Ja, und in der 31. Minute, ne, war der Druck halt eben hoch, ein Schuss aufs Tor, und ein Rostocker, ja, dem kommt der Ball an die Hand, oder Unterarm, oder was das war, ja, okay, und so ist halt die Regel, ne, dann gibt es halt eben Handelfmeter, ist ja wohl auch nochmal gecheckt worden, glaube ich, und der Check sagte dann auch, ja, das ist ein Elfer. Ja, und dann, ich hatte erst gedacht, Tabakovic, ne, man will ja gucken, dass man Harris da die Torjägerkrone zuschanzt, ne, dachte ich, dass er vielleicht schießt, aber ne, das hat dann Fabi Rehse, ja, höchstselbst gemacht, hatte sicher irgendwelche Gründe, ja, und hat das ganz souverän zum 2 zu 0 reingemacht, ja, sehr, sehr, sehr schön, das war natürlich dann schon ein bisschen, ja, beruhigend ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber es war natürlich schon eine schöne Torausbeute in dieser ersten Hälfte, weil wir waren einfach ganz klar und blieben dann auch bis zum Pausenfiff, die tonangebende Mannschaft, Allerdings konnten wir dann bis zur Halbzeit keinen Treffer mehr erzielen. Ja, und dann, in der zweiten Hälfte hat mir Hertha erst mal nicht gefallen, ja, sehr, sehr passiv, ja, wir haben sehr, sehr tief gestanden und Hansa dadurch also mehr Zug nach vorne, ähm, ich sag mal, wenn Hansa da einfach ein bisschen besser drauf gewesen wäre, war das so ein Zeitpunkt, wo das Spiel durchaus hätte kippen können, ja, muss man, muss man schon ganz klar sagen, also da war ich mit unserer Hertha nicht zufrieden, äh, das war mir zu wenig, ja, aber, okay, durch dieses, äh, Tiefstehen und den Gegner kommen lassen, hatten wir dann aber den Vorteil, ja, dass wir, äh, gut ins Umschaltspiel gekommen sind und eben gute, gefährliche Konter fahren konnten, ja, und, ähm, genau so ein Konter war es dann in der 59. Minute, äh, schön, wirklich ganz toll rausgespielt und, ähm, Martin Winkler wieder mal, ja, sieht wunderbar, Palco Dardai im Rückraum, äh, super Zuspiel und Palco macht dann sein zweites Tor zum 3 zu 0, Vorlage also wieder von, von Winkler, der mir heute sehr, sehr gut gefallen hat, wirklich wahr, ganz klasse Mann, also ich, äh, äh, da werden wir noch viel Freude dran haben, wenn er dann hoffentlich auch bei uns bleibt, ja, also da, äh, da, da, das ist wirklich super, da freue ich mich sehr, ja, und dann haben wir auch noch weiter gute Möglichkeiten, ja, Tabakovic leider hier und da haben wir mal ein Pech, ja, kriegt die, kriegt das Ding nicht rein, ja, aber dann, aber dann, aber dann in der 86. Minute war es dann endlich soweit wieder ein Konter, ja, und dann Maser, der inzwischen eingewechselt war, schickt Tabakovic und der gewinnt dann, ja, das Laufduell, sehr, sehr schön gegen seinen Gegenspieler und macht dann, äh, das wirklich hochverdiente vierte Tor, 4 zu 0 für uns. Ja, äh, und dann dödelte das Spiel dann noch, äh, so ein bisschen zu Ende, von vier Minuten Nachspielzeit oder so, also alles nicht mehr der Rede wert, ähm, ich denke, Rostock hätte, äh, auch noch, äh, bis zur 100. oder 120. Minute spielen können, ich glaube, die hätten wahrscheinlich kein Tor gemacht, denn sie kamen selten gefährlich vor unser Tor und wenn sie denn mal gefährlich vor unser Tor kamen, ja, dann, war, waren sie einfach zu harmlos, ja. Soll aber dennoch unsere Leistung nicht schmälern, ne, weil, ja, wie man, wie man sich so gegen, äh, äh, vermeintlich schwächere Mannschaften anstellt, nicht, das hat Bayern München ja erfahren, ja, ja, gegen Heidenheim, ja, Grüße gehen raus an alle, ja, in München und Heidenheim, nein, aber ist doch so, ja, also komm, das ist ja alles immer kein Selbstläufer und gerade eine Mannschaft, sagen wir mal, die so im Abstiegskampf steckt, ja, natürlich, die, 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 die ist oftmals ganz, ganz schwer zu bespielen, also insofern kannst du jetzt nicht sagen, okay, Rostock war so schwach, dieses Spiel mussten wir unbedingt sowieso gewinnen, völlig logisch, Selbstläufer sind das nie, also von daher, ähm, hat natürlich das dazu beigetragen, dass Rostock also nicht so richtig auf dem, auf dem Damm war heute, aber, äh, das, ähm, ja, hat ein bisschen mit dazu beigetragen, aber soll nicht unsere Leistung schmälern, wir haben es sehr, sehr ordentlich gemacht, wenn da noch ein paar andere Sachen noch gut besser klappen, äh, Zuspiele und so und, 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 und manche Ballverluste vermieden werden können, ja, dann sieht es gut aus, ja, ja, Tabakovic, äh, aktuell auf Platz 1 in der, äh, Torschützenliste, Liste der 2. Liga, gut, das kann sich jetzt natürlich wieder nochmal am Wochenende ändern oder so, aber im Moment führt er diese an, so wie wir mit 44 Zählern auch auf Platz 6 sind, aktuell, aber gut, auch das kann sich an dem Wochenende noch ändern, ja, äh, insbesondere kommt es ja auch drauf an, was unsere Karlsruher Freunde machen, die noch spielen, ja, apropos Karlsruher Freunde, da sind wir nächsten Sonntag, wenn ich das gesehen habe, Sonntag ist das wohl, äh, bei unseren Freunden in Karlsruhe, das wird ein, ja, das wird ein interessantes Spiel, weil wir in der Tabelle auch so eng beieinander sind, mal sehen, was da so bei rauskommt, ja, gucken wir mal, ne, ja, ansonsten fand ich, war das, also gut, Tore schießen, ja, machen wir ja sowieso in letzter Zeit ziemlich gut und ziemlich viele, ne, aber wir kriegen halt eben auch immer relativ viele Tore rein, ähm, heute war das mal richtig gut, also, ich glaube, na, das letzte Mal, dass wir da so zu Null gespielt haben und selber so viel getroffen haben, war, glaube ich, das Spiel 5 zu Null zu Hause gegen Greuther Fürth, ne, wenn ich das richtig erinnere, insofern war das eigentlich mal wieder richtig gut, wirklich zu Null zu spielen und ganz sicher, ganz souverän, in dem Falle mit 4-Toren-Differenz, ein solches Spiel zu Hause für dich zu entscheiden, hat richtig Spaß gemacht, wirklich, hoffe, dass jetzt da auch mal wieder ein bisschen Ruhe auch einkehrt, ja, auch immer ständig bei der Trainerfrage und diesen ganzen Kram, ja, brauchen wir alles nicht, diese Unruhe, und, ähm, also ich kann heute nur sagen, ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die von ihrem Cheftrainer Paul Dardai sehr gut eingestellt war für dieses Spiel, auch wenn der Gegner verhältnismäßig schwach war, musst du aber erstmal ein solches Spiel dann auch gewinnen und wenn du es in dieser Deutigkeit gewinnst, haben sowohl Trainer als auch Mannschaft alles richtig gemacht. Danke dafür, Paul, danke dafür an die gesamte Mannschaft, kannst du keinen großartiger vorheben, aber wie gesagt, den, den, den Martin Winkler möchte ich schon vorheben, wirklich guter Mann, ja, also wenn das da mit dem so weitergeht, da, äh, haben wir, haben wir Spaß, ne. Gut, meine lieben Freunde, das war's, dann, äh, ist es immer schön, wenn man so vorlegt auf dem Freitag, dann können die anderen jetzt mal in Ruhe spielen am Wochenende und ihr Ding machen und wir können es uns aus der Ferne anschauen, äh, macht auch Spaß, ne. Ja, dann wünsche ich euch alles Liebe, habt ein schönes Wochenende, Wetter, ja, morgen soll hier in Berlin, im Berliner Raum, sehr gut werden, Sonntag auch noch gut und dann erst in der nächsten Woche wieder ein bisschen schlechter, also nutzt die Zeit, ja, geht's raus und spurt's Fußball oder, oder, oder macht euch einfach den Grill an und trinkst da ein Bier, auch auf Weizen, auf Weißbier, auf Weißbier heißt es, gell. Ja, ne, also wie gesagt, macht's euch schön. Ja, und das war's dann, ne, alles Liebe, äh, schönes Wochenende, bis nächste Woche, dann spätestens nach unserem Spiel bei unseren Karlsruher Freunden. Alles Liebe, alles Gute, ciao, haue, tschüssi, macht's gut. Ja, na, 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 na Vielen Dank.